willkommen zur zweiten folge von let's collect stickys 2018 leute gestern gab es leider keine folge ich habe vergessen mir stickys zu kaufen leute ich wollte eigentlich noch nachmittags zu lidl ran und mir ein paar stickys kaufen habe es aber vergessen ich habe mir heute welche gekauft heute gibt es die nächsten fünf stickertütchen wollte ich gerade sagen die nächsten fünf sticky päckchen leute die erste folge ist unten in der video beschreibung verlinkt was let's collect ist leute das ist eine serie wo ich versuche diese serie hier diese lidl sticky serie voll zu bekommen indem ich halte täglich sticky päckchen öffne wie soll man dieses serie auch sonst voll bekommen denn man muss ja dafür packs öffnen ist ja klar ich habe heute wieder fünf hier am start der blauen variante es gibt ja auch diese grünen päckchen das sind die die man halt so gratis bekommt ab zehn euro einkaufswert ja habe ich aber nicht gehabt ich glaube ich habe jetzt fünf euro ausgegeben ich habe mir noch ein paar berliner gekauft pfandkuchen berliner pfandkuchen kennt ihr solche dinger kennt ihr solche dinger leute kennt ihr solche pfandkuchen kennt ihr sie ich zeige euch mal ganz kurz meine sammlung so sieht sie aus und ich glaube beim letzten mal habe ich hier was vertauscht glaubt die hier dass auf jeden fall habe ich sie falsch bezeichnet vom namen her aber ich habe sie doch leute habe ich hier die stick ist auch richtig eingeordnet schreibt man in die kommentare weil meiner meinung nach sind hier viele sogar ähnlich viele sehen ähnlich aus wie die an also wie manch andere so kommt es mir vor ich hoffe dass ich alles richtig eingeordnet habe schreibt man in die kommentare sagt dies kann ich hier so liegen lassen wir öffnen jetzt hier das erste tag und mal gucken welche stick ist die heute bekommen und wir haben den kürbis sticky das müsste auch ein kürbis sein oder kürbis und das ist oder so dass der kürbis der kürbis ich hoffe ich liege hier nicht wieder falsch weil beim letzten mal habe ich auch viele viele falsch bezeichnet tut mir leid leute es tut mir leid aber sie sehen echt schwer aus also man kann die man kann das obst und das gemütliche schwer erraten teilweise auch nee den habe ich schon der erste doppelte sticky leute und das besondere an der let's collect sticky serie ist auch jeder sticky der doppelt ist kommt quasi in man sagt ins gewinnspiel fach und dann könnt ihr am ende wenn ich die ganze let's collect serie voll habt ihr könnt dann alle doppelten die ich hier doppelt habe in dieser serie verlor gewinnen also zum beispiel habt könnt ihr mindestens wenn ich jetzt alle weiteren stickys sofort finde könnt ihr am ende nur diese figur gewinnen aber wenn ich jetzt sage ich mal in jeder folge drei vier doppelte haben sollte könnt ihr am ende dann vielleicht sogar 20 stickys gewinnen oder so ganz genau und hier habe ich wieder smooth und smooth habe ich jetzt doppelt belastend egal kommt auch vor leute doppelte stickys wie viele doppelte habt ihr neue schreibt mal in die kommentare so nächstes päckchen auch das gibt es doch nicht jetzt habe ich hier die tomaten wieder die tomaten tin jing jang jung 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 ne jib und jab heißen die jib und jab heißen die habe ich jetzt auch doppelt also die kriegt ja auch schon mal mann ey nächstes was ist das denn das ist ein salatkopf oder was also ich würde jetzt hier als salat betiteln wie heißt der sticky hier das ist x nee das ist nicht x das ist doch das ist x nee das ist nicht x das ist pair nee das ist nicht pair das ist doch das ist x nee habe ich doch was falsch jetzt habe ich was falsch eingeordnet das ist Sally hier ist Sally und dann ist das hier winz Leute ich habe meinen fehler selbst gefunden wahrscheinlich haben die ersten schon von euch unten in die kommentare geschrieben dass ich hier falsch eingeordnet habe und jetzt müsste ich es aber richtig gemacht haben oder ich glaube schon so ein päckchen haben wir noch mal gucken welchen sticky wir jetzt noch bekommen naja ich lasse es hier nicht platzen wer ist das glaubt den habe ich den habe ich auch noch nicht sehr schön zwei doppelt drei kann ich einordnen eine einigermaßen gute quote und wer ist das das ist super bell das ist super bell würde ich jetzt als paprika einordnen ist das stimmt das leute ich denke schon oder super bell zack zack kommt hier hinein uns fehlen noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf stickies die fehlen uns noch das war es mit der heutigen folge von let's collect stickies 2018 wir sehen uns bei der nächsten folge wieder leute und natürlich gibt es auch morgen die bundesliga orakels leute ganz klare sache und vielleicht am wochenende wieder ein pack and play muss ich mal schauen leute auf jeden fall täglicher content ist hier auf jeden fall gegeben auf meinem kanal ist ja klar leute lasst ein like, lasst ein abo da ich bin raus an dieser Stelle wir sehen uns beim nächsten mal haut rein und tschüssi wir sehen uns beim nächsten mal